Halt die Fresse, Phoenix. Mach dich nicht unbeliebter, als du schon bist. Ja, da kannst du das mit reinschneiden. Wie ich einfach Phoenix hasse, weil er nicht richtig sprechen kann. Der mit seinen Sprachdefiziten. Guck mal, der Sprachfehler hat nicht richtig getroffen. Nur mal so, ich hab den Teammate wirklich gesupportet. Warum hat er jetzt ulten müssen? Keine Ahnung. Ich mag es nicht, wenn das gegnische Team den gleichen Agenten hat wie ich. Das ist genauso gleiche wie bei den Overwatch, wenn ein Gegner schon rein hat, den gleichen Skin hat wie ich. Andere, andere Helden ist mir scheißegal. Ich spiel Genji, der andere Genji hat den gleichen Skin, ist mir scheißegal. Aber bei Reinhard, doch nicht. Ich schieß die Gegner in den Füße. Ich hab ihm wieder in die Füße geschossen. Klappe zu, Affe tot. Michael, einfach auf mit dem No-scope-Battle. Ah, der snipet. Hör auf dich ein zwischen oben, du Hurensohn. Das war ein irrenhaftes No-scope-Battle. Und was machst du? Ich schieß einfach mit. Das ist unfair. Das geht so nicht. Ich nehme gerade auf, ne, nimm mal so. Dann sag ich böse Youtube-Wörter. Scheiße. Der Füße. Der Füße. Der Füße. Der Füße. Der Füße. Ich weiß schon, ich schneid's ja noch zusammen. Vielleicht. Du schneidest es rein, aber piepst ja der ist alles. Mein Lieblingsschimpfwort aus dem Kindergarten. Arsch, gefixt der Hurensohn. Gefixt. Gefixt. Ja, das hat man damals immer so gesagt. Gefixt. Er wurde einfach repariert. Au. Junge, ich sitz schon keine Lust drauf. Warum soll ich auf C gehen, wenn ich gerade fast angeschossen wurde? Boah. Ich schau dir mal zu. Mal schauen, was du machst. Bullshit. Wow. Da hättest du lieber, da hättest du besser das andere machen sollen. Ja. Ich hätt wahrscheinlich geahlt, weil ich dachte, das wär der Heilung, aber egal. Wow, 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 wow. Ich sitze nach oben gucken, jetzt hat's gebracht. Weißt du, was witzig ist? Was? Ich werd nächste Runde direkt ulten. Naja, nicht direkt. Wir schauen, wann der Ulten wird. Ey! Du bist nicht ulten. Das ist schon Seitenwechsel. Ich weiß. Okay, da sind Gegner. Gegner gesichtet. Nehme ihnen die Sicht gesichtet. Da sind sogar mehrere Gegner. Mein Ult ist bereit. Stehle die Sicht. Gegner ins Sicht. Kannst du auch für dein Magazin auszuschütten? Auszuschütten. Letter Versuch. Ein Gegner üffern. Meine Ult ist bereit. Ein Ult ist schnell. Au, au, mit, 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 mit. Wie ist das? Letzter lebender Spieler. Hast du dieses Gameplay gesehen? Alter, sah richtig krass. Mir ist gerade kurz mein Gehirn eingetroffen. Alter, komm, komm. Richtig krass. Boah, meine Füße sind voll warm, wenn ich sie an meinem PC halte. Liegt vielleicht daran, dass mein PC einfach glühend heiß ist. Look at this cursed. Nicolás, this is cursed. Nein, Mike, komm, spiel dann im Spiel Bruston oder äh... BAM! Okay, dann spielst du halt das. Wenn ich gehe dann mit einem Knall, versprecht mir nur auf meiner Beerdigung zu tanzen. Ja, natürlich tanzt du nicht auf deiner Beerdigung. Guck mal, Nicolás, ich bin ein Jet-Pro-Spieler. Guck mal, 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 guck mal. Die Runde hat nicht mal gestartet. BAM! Alle Fähigkeiten, pump, pump, pump. Alle meine Fähigkeiten verbraucht. Du hast den One-Way-Smoke für die Gegner gesetzt. Ich hab' alle meine Fähigkeiten verbraucht und bin direkt gestorben. Nicolás, mir wird ein Video von deinem Kanal vorgeschlagen, auch von der Startseite. So, keine Videos von diesem Kanal fehlen, fertig, Seite neu laden. So, Pfeff. Ich hab' dich grad' so hoch genommen. Oh, das machst du auch gerne. Hallöchen, Jet. Was war das überhaupt für ein Video? Äh, irgendwas mit Google Quickdraw oder so. Oh Gott, das muss ich dringend runternehmen. Warum macht das Schaden auf diese Entfernung? Keine S bei A. Keine S bei A. Doch, die Gegner. Doch, die Gegner. Guck. Guck. Was? Ich hab' das Double Dash gemacht. Okay. Look at this smelly smell. What the fuck? Ich hab' jetzt komplett meine Messer verschwunden. Warum aber? Nicht mit Absicht. Nein, mit Messern, ich weiß. Ich wollte auch gerade schweben. Kannst du bitte nicht versuchen, nicht in mir zu laufen, dann leg ich nämlich. Jetzt verpiss dich von mir! Bleib weg! Warum gar nicht dich eh'n, hallo? Bleibst du weg! Weg! Ja, viele Gegner entdeckt. Hello, hello. Also ich hab' jeden von denen, bis jetzt ein Wagen getötet. Ich hab' einen gekriegt und die... Hast du so viel Schaden? Du hast ein Gegner, die Gegner getötet. Pike? Ja, warte kurz! Blober... Apex... Leg... Leg... Bilder... Nude. Fum! Nikolas, guck mich mal an. Guck mich mal an. Guck mich mal an. Warum fletschst du deine Zähne? Weil ich witzig bin. Hallo! Stille! Yay, ich sterbe gerne. Das ist das Einzige, worin ich gut bin. Ehrlich gesagt, ich hab' gar keinen Bock mehr auf... Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten! Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten! Scheiß-Spiel. Aber ich will trotzdem die Mission machen. Ich hab' 10 Euro für diesen Battle Pass ausgegeben, ich muss die Mission machen. Eigentlich nicht. Weißt du was? Ich scheiße auf diesen behinderten Battle Pass. Ja. Jetzt spiel ich Fortnite.